Die Donau-Universität Krems ist Europas einzige staatliche Weiterbildungsuniversität. Im Studienjahr 2004 sind über 3000 Studierende aus 40 Nationen in 100 Studiengängen inskribiert. In Niederösterreich führt die Donau ins romantische Krems. Der Wein prägt diesen Landstrich, indem es sich nicht nur gut leben, sondern auch besonders gut studieren lässt. Die fünf Abteilungen der Weiterbildungsuniversität bieten ausschließlich berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft und Management, Telekommunikation, Information und Medien, europäische Integration, Umwelt und Medizin sowie Kulturwissenschaften. Die Donau-Universität bietet einen lebendigen Campus. Privatwirtschaftliche Führung und modernes Management gewährleisten individuelle Betreuung und Beratung der Studierenden während des gesamten Studiums. Der aktuelle Wissenstransfer findet ausschließlich in Kleingruppen statt, die den Ansprüchen der Studierenden für das Berufsleben einerseits, aber auch der Persönlichkeitsentwicklung andererseits Rechnung tragen. Die Verknüpfung von Forschung und Lehre nimmt einen zentralen Stellenwert in der strategischen Ausrichtung der Universität ein. Kunst und Kultur prägen die Atmosphäre auf dem Campus Krems. Regelmäßige Veranstaltungen wie Benissagen, Konzerte, Lesungen und Workshops machen die Universität zum regionalen Kultur- und Begegnungszentrum. Internationalität, Interdisziplinarität in der Lehre und eine konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Studierenden sind die Garanten des Erfolgs der Donau-Universität Krems.